Raumgestaltung mit Glastrennwänden ist in moderner Architektur kaum noch wegzudenken. Ob im Büro oder zu Hause, Glas ermöglicht eine einzigartige Optik für viele Räumlichkeiten im Innen- und Außenbereich. Größere Glastrennwände werden in Einzelelementen hergestellt und vor Ort miteinander verbunden. Hier kommen wahlweise Silikon- oder Hochleistungsklebebänder zum Einsatz. Häufig fällt dabei die Wahl auf das Klebeband. Es lässt sich mit einfachen Hilfsmitteln präzise aufbringen. Weitere Arbeitsschritte wie Abziehen und Reinigen der Klebefuge sind nicht notwendig. Der Verbund der Glaselemente ist sofort nach der Montage hergestellt. Mit Silikon muss zusätzliche Zeit zum Abbinden und Reinigen eingeplant werden. Coro Plus Tape hat mit seinen randpassivierten Hochleistungsklebebändern der SPT-Serie nun einen neuen Standard für Klebebänder gesetzt. Mit der Erweiterung des Produktionssortiments auf bis zu 5 mm Banddicke können bei Bedarf nun größere Toleranzen in den Glaskanten zuverlässig ausgeglichen werden. Die neuartige Passivierung gewährleistet ein langzeitstabiles Erscheinungsbild. Dies wurde durch Langzeittests in unseren Versuchslaboratorien untermauert. Denn da es bei Glastrennwänden auf Optik ankommt, performen Coro Plus SPT-Produkte dort besonders gut. Neben der volltransparenten und matttransluzenten Variante bietet Coro Plus Tape auch schwarze Hochleistungsklebebänder an. Dabei zeigen sie nicht nur eine schwarze Seitenfläche, sondern eine rundum einfarbige Performance auch auf der Klebefläche. Wer sich für Coro Plus Hochleistungsklebebänder entscheidet, entscheidet sich für Qualität und Performance auf ganzer Linie.